Ich liebe ein Mädchen, ich weiß nicht warum, ein Mädchen kaut Kabagum, ein Mädchen kaut rum, wenn Blackie comes down to high low, poor old man. Kompliment. Ich sollte längst bei meiner Truppe sein. Sind Sie sicher, dass der Führer mich noch braucht? Ausdrinken. Führerbefehl. Sie haben heute großen Eindruck gemacht auf den Führer. Aber Sie glauben nicht, dass Steiner mal angreift, habe ich recht. Ich bezweifle allerdings, dass Steiners Verbände für einen Angriff ausreichend sind, aber was erzähle ich Ihnen das, meine Herren, das wissen Sie doch besser als ich. Wenn Steiner nicht angreift, ist Berlin verlor. Ich gratuliere, Ihr Vortrag hat den Führer beeindruckt. Er nennt Sie zum Kommandanten der Verteidigung von Berlin. Es wäre besser, er hätte befohlen, mich zu erschießen, dann ginge dieser Kelchermie vorüber.